Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Stardew Valley wir sind hier wieder gemeinsam unterwegs und statt mit unserer Bude da weiß ich immer noch nicht so genau das ist ein Möbelstück, Möbelstück, das ist das, das erzeugt ja Stromlitzarbeiter und kann sie in Batterien umwandeln ja, ok, soll ich es einfach mal aufstellen oh oh, hier wird irgendwo gebaut guck mal, er macht weiter einfach ja nice ach da wird gebaut Hallo seid geduldig, ich habe immer man 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 das war aber ein schiefer Nagel habe ich gehört doch nicht immer die schiefen Nägel, die zahle ich nicht. Ich geh mal gar nicht. Ich glaub ne Auvergine mussten wir nehmen so abgeben, ne. Auch nicht einen golden, glaub ich. Ne. Ah, guck mal da. Nein. Danke. So. Viel Zeit. Aber war schon lange kein Unwetter mehr, ne. Irgendwie ist es zum Zeit ziemlich ruhig. Ne. Ah und Sirup hat mir abgegeben, bin ich der Meinung. Können wir wieder verkaufen. Ok. So, was wir grad überlegen. Haben wir noch was zum Inventar? Ne, haben wir nicht. Problem ist, die sind ziemlich stark da hinten. Naja, das heißt wir müssen erstmal Geld machen eigentlich, um irgendwie eine bessere Waffe zu bekommen. Das heißt wir müssen sich ein bisschen durchplappen hier. Damit wir da irgendwas machen können. Ähhhhhhhhh. Minen. Ähhhhhhhhh. Ok. Hey. Wir gehen mal auf die 100 diesmal. Aha. Da liegt direkt etwa so. Oh. Oh. Sag mal. Aua. Du Saftgesicht hier, ey. Mann, Mann, Mann. Geht doch. Schon wieder irgendwo hier. Da. Mann, Mann, Mann. Flatter am Haus hier, ey. Das war ein Crit, sag ich mal. Oh. 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 Oh, oh, oh. Ein paar Geoden hier. Nehmen wir doch mit durch. Oh, 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 oh nix hier nix tatsächlich nix das ist schon wieder so ein Mistviech die ganzen coolen Dinger sind alle weg die kommen auch nicht schon neu das war für nen Poe voll für nen Poe ist das oh da unten ist das ein Dinger ist das Dinger zu dir oder jawoll animal hier geht doch boah boah ne guck mal da drüben au 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 Schweinebäckchen kaputt ey boah ich frage mich immer noch wo dieser doofe Erfolg eigentlich ist mit Dingsibumsi hier ich weiß nicht wo ich den mal gesehen habe weiß ich wirklich nicht oh wir haben jetzt 100.000 eingenommen das ist gleich mal so schlecht seh ich gerade mal so ha aber irgendwie wir hatten nochmal so ne Liste wo wir so so viel töten sollen mal auf mir zu folgen hier ja du hast rote Augen du hast mich gehauen guck mal wie tief mein Leben schon wieder ist hier Alter komm her du Saftsack komm komm geht doch boah hallo boah jawoll erstmal guck mal aber auch nicht dass hier irgendwie noch was ist ne gleich eine weiter runter oh Gott was ist denn hier los wow boah boah ja ne ist klar weilig mal eben abgehen hier also nicht nur diamanten sind gibt es echt auf die fresse aber eine hirnkarotte wieder eine bild einmal wieder mehr hier so eine sauerei oh ja ich wusste es doch 22 nix nix weiter wow das war gut schön dass er geredet hat schön dass sie drüber gesprochen haben ja der hat mich schon wieder getroffen warum auch immer ey da kommen schon paar diamanten noch hier ist aber auch nervig nennen wir den erstmal hier weg mit dir ey ok da ist auch nix weiter gut gehen wir wieder runter ah das war glaube ich Aquamarine Nooo Mistfisch hier gib doch mal Blutweh ey ja nie ist klar nee 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 NEHHH gut hier war ja um nachdem er in die Welt und wenn ich nun mit dem Haus und und Prozent 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 bis zu die Versteigeren Prozent D die Weg die Leitzen auch auch und auch da wär ne Treppe gew- Kamona, ich find dir keine Treppe Jaja, ich schon weiß es, ich bin müde Oh witzig, ich muss diesen Pilz noch kriegen da unten